Wenn man von einer Hornisse gestochen wird, werden Botenstoffe freigesetzt. Das ist ein Zeichen für die anderen Hornissen, den Eindringling ebenfalls anzugreifen. Als Kind hat man mir erzählt, drei Hornissenstiche können einen Menschen töten, aber dann ist er explodiert. So, jetzt schön ruhig halten. Als der Hecht wie ein Pitbull an meinem Arm hing, war meine größte Sorge, dass das Blut in Strömen aus meinem Ärmel läuft. Das wäre dann ein Fall für die Abendnachrichten gewesen. Wenn ihr mit zu den ersten gehören wollt, die den nächsten Teil sehen, solltet ihr euch den Kanal abonnieren.